hallo liebe leute hier sind wir wieder ja ich wollte jetzt mal kurz bevor ich mich jetzt vorstelle nach Neu Londo und jetzt werde ich da invaded das habe ich ganz vergessen gehabt ich weiß zwar nicht wer das ist aber der kommt da auch gerannt und sieht aus wie ich kann mich nicht mehr erinnern ich weiß bloß er kommt als auch gerannt aller Hobby es ist ja egal jetzt habe ich ja ich wollte mich eigentlich so verbeugen wir haben jetzt kurz vorher sensfestung maletriert und haben ein paar mal bei den brauligen dämonen abgelippelt manchmal geht's naja und jetzt um ein bisschen vorwärts zu kommen bräuchten wir vielleicht einmal die riesenglut oder wie die hieß die riesenglut riesenglut ja ok auf jeden fall kriegen wir die da so dazu brauchen wir aber auch albert du machst mich verrückt sonst können wir da gar nichts ausrichten genau wo sind sie dann Wanderflüge das wichtig haben wir die haben wir uns ja am Anfang geholt hier so und die müssten wir dann auf die Waffe machen wir müssen ein bisschen zügig gehen weil erst müssen wir das Wasser wegkriegen hier sonst können wir die abgezogen nicht nützen da ist schon der erste bisschen nicht so langsam albert der gute mann wir probieren einmal hat das lange entschlagen ist er weg aber man muss schnell zahlen genau so da innen haben wir ja unser Feuerhüter Seele schon geholt die Abkürzung ist so hinten das sieht man dort aber man kann jetzt nicht neu weil da immer Wasser wir haben noch einen zu hohen Wasserstand würde man sagen so jetzt muss man gucken wie lange das der Wanderflug hebt wichtig ist ein bisschen wenig so hallo dann müssen wir da rein und gleich wieder raus genau so einmal oh die machen aber auch ganz schön schade die mit ihrer oder merken wir kriegen so ein Schwert kann das doch leicht sein dass ich doch keiner treffe denn ja kommt wieder warte mal komm mal raus da bitte ah eben weg ich hab keine Zeit gehen wir aus dem Weg so noch einer da hab ich eigentlich ja hab ich dann ist da noch ich hätte auch einer mal klicken ist es ein Wanderflug oh ja zu wichtig das ist schön ne da drauf kann man aufbauen da ist noch einmal zu einer ne halt immer Schade wenn der Wanderflug im Auge hat behalten zieh mal da geht nicht also Abkürzung können wir jetzt nicht nutzen macht jetzt nichts Albert bewegt sich ein bisschen und dann gucken wir auch nicht das mal wir versuchen ganz locker entspannt äh wo sind wir hier da können wir was eis sammeln oh Albert das hab ich nicht gesehen jetzt Parierdolch was brauch ich jetzt hier in Parierdolch scheiße Albert naja Albert weiter weiter Albert lass dich nicht fuppen irgendwo geht es weiter genau da hinten ist auch noch einmal einer das ist aber ein gefährlicher auch noch einmal zu weh jetzt haben wir fünfe mit fünfe haben wir schon eine reelle Chance hier ja das Wasser abzulassen so gehen wir durch den Nebel Albert ganz langsam bitte Albert auch langsam guck er ich wie's ist ich muss er hinten hoch so Moment Leiter 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 tun wir die Leiter noch unten machen da oben hockt auch einer seht ihr den ja ich weiß jetzt nicht was er macht ob er runter kommt ah der kommt runter wenn er will Seele Soldat ah ne da macht einer auf das ist natürlich scheiße ne wenn man denne trifft da ist er genau das gleiche machen wir mit denne genau das gleiche machen wir mit denne die da unter uns also die würden von unten nach oben wird die äh Albert bleibt du komm haben wir da noch was ich weiß es gar nicht man kommt auch runter fallen ne da ist nichts deswegen kurz orientiere ist das eine Kiste da hinten ich weiß es nicht mehr da ist einer seht dann und da ist noch einer schade der hat jetzt nichts fallen da muss noch einer sein irgendwo wo geht es denn da hier na noch einer irgendwo da ist er ja der würde dann von unten nach oben mit seiner langen Kralle wird er versuchen uns das Leben schwer zu machen da ist eine Kiste oder ah jo ist da eine Kiste tja Adler Auge haha Adler ne das ist keine Kiste Adler Auge ja da wieder wo da ist was und da ist was dann gehen wir zurück dann hätte man auch durchrennen können scheiße ich brauche unbedingt neue neue Brillen wie konnte es sein so nach oben Albert Albert ein bisschen flinker so Moment, 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 Moment jetzt ist das jetzt eine Augekiste ne da ist überhaupt nichts eben ist er weg der Wanderflug so würde ich sagen da oben müssen wir hin zu dem seht ihr den da mit der Kapuze der hat ein bisschen was für uns aber bleib bloß stehen her ich wohn dich Albert das der macht mit mir was er will her da da Moment irgendwo kommt doch der erinnert ne ne das ist falsch jetzt ich komme ein Stückchen vor Albert doch da ich sehe ihn habt ihr ihn gesehen? der hat eben so einer von seiner Kralle rausgeragt ausgeragt also jetzt bloß nicht kommt er da kommt er nicht ich nehme mir mal so einen Flug ne ich weiß sicher schödele das müsste aber kommen kommst du kommst du ich kann jetzt hinten nicht warten bis du kommst naja naja machen wir halt eins nochmal ne das ist scheiße ist der neu ist jetzt so verkehrt gewesen ach da sind sie doch wohl da gerade zahle das gibt es doch nicht das weg komme raus Moment Albert such dir mal ein schattisches Blitzel der ohnehaut schon wieder naja egal jetzt guck mal guck Albert da der da komm rauf na da geht durchs Ding durch na komm mal ach jo oh sind die heftig darf ich auch mal oh nicht noch eine man oh man oh man her trink was Albert oh du wot trink noch was Albert ich habe und Wanderflug im Auge behalten so oh Gott ne hier ist auch nicht ganz so unkritisch ich weiß jetzt bloß nicht wie man das erste Tor ich glaube das ist der Weg fast da ich glaube das ist der Weg fast da boah da ist er die ganze Hülle da geht wieder hoch ne kundesal ne what du mache schade ohne Ende so das ist jetzt wieder so ein ganz spezieller weg so da ist noch einer die haben aber eine Reichweite das ist tierisch so und kein Fluch mehr scheiße das konnte ich jetzt nicht riskieren da hoch zu rennen ich sollte dann vielleicht erst gucken dass sich alles was sich zu Hause so bewegt ich muss weg mit erst weg da ist glaube ich auch noch mal einer so Moment 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 noch mal einer irgendwo da ist auch noch mal einer seht ihr genau weg mit dem noch einer ne wow doch boah Gott leid ist da die Hülle los bei Hause ich kriege keinen Fluch mehr ja Albert trinken wir noch einen Schluckchen bitte krass wo kommt denn der jetzt her geistert die durch die Wand wupp nicht schnappelöse nicht schnappelöse Albert so Moment jetzt gehts da raus na machen wir erst mal drehen wir erst mal ein Schräubchen naja erst gehen wir nicht hier das sind auch noch ein paar hoppla zu da war doch auch noch einer irgendwo war da noch einer gestanden oder ne da ist er so was kriegen wir hier der Fluchbissring schützt vor Fluchresistenz ist auch äh recht nützlich ja ja so dann gehen wir mal da lieber und hoch zieles Soldat was haben wir hier kommt der da ohne oder ist das nur der Spiegelung grüne Scherbe warum wer sagt es dann genau mach es kaputt Albert mach es kaputt so was bewegt sich nicht was soll das jetzt ob ich habe nicht so viel Zeit genau dann brauchen wir erst noch ein paar Utensilien davor um das Gelumpen aufzumachen gehts in der Oberhebung ach so da gibt es auch noch was warte mal ob ich nicht recht habe da unten ist ach gut dass der Geländer treu ist aber er wäre runter gesprungen da ist auch nichts ach da ach der Kompositbogen klasse schön der ist schön den hab ich gern nehm ich gern den Kompositbogen die Komposition von Bogen und Sitte oh 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 schade wieder alt warte mal wo bin ich denn jetzt weißt du schon ach so ja gut solange ich nicht kämpfen muss brauche ich auch können nehmen ich glaube hier kommt nichts aber da liegt was Menschlichkeit oh klasse so wie war denn das jetzt wieder wie komisch denn da nie war ich glaub dann kann ich nur noch rollen oder genau da liegt mir da liegt nämlich auch was oh Albert macht doch nicht so Sache entschuldige liegt da aber nichts mehr so jetzt können wir wir haben ja eh nichts Wanderflug wirkt ja nicht mehr wir werden mal kurz mit dem äh Mann da oben auf dem Dach oder mit dem Kapuzenträger der mit der schwarzen Kapuze oder rot der hat glaube ich der hat glaube ich das komische Gewand auch wo wir in der Sandstadt gefunden haben da ist er ja und eine Kiste hat er das genau dann kommen wir genau dann kommen wir hat und alles das ist das ist gar keine Kiste Seid heit nur überall kiss, ne? Wie wärs? Fluch brechen lassen? Was für ein Fluch? Hab ja genau. Da kann man auch der Fluch kaufen, und zwar für tausend Euro. Fluchabwehr, auch nicht schlecht, ne? Brauche ich nicht. Äh... Bei der, in der, bevor man also... Die, wo dahinter geht, dann hockt die Tonne, wo du da mit ihrer Gefeile, und so weiter. Die verkraften auch, aber nur für 4.000. Da nehme ich mal sieben, ne? Und schon sieht die Sache bisschen anders aus, ja. Kann man auch bisschen Zeit lassen. Wurde eigentlich noch, ne? Gegenstand kaufen... Ich kann nur die zwei Sachen kaufen, schade, ne? Aber ist ja egal. Machs gut. So... Jetzt mach ich hier mal... Ein kleiner Schnitt, okay? Albert? Ach, Albert. Ach, Albert. Bis dann, Albert und der Grufte. Tschüss.